Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem Wesley. Hi. Hall, hi. Hi, hi, hall, hi. Warte mal, ich wollte mir Kabel, glaube ich, machen, weil wir haben ein kleines Stromproblem. Stromproblem. Ja, ich mach das jetzt hier. Achso. Mach ich eine Kabel weg. Ja. Mach ich den da dran, den da dran, den da dran. Ja. So, und jetzt? Ja, mit Kabel ist es nicht so ganz einfach. Man sollte lieber reichlich Strommasten verteilen. Wie hast du denn jetzt eigentlich Biomasse hergestellt? Einfach an der Workbench. Ach, da, ja. Okay, das geht ja fix. Cool. Ähm. Ja. Iron Road. Du hast diesen dritten Smelter gebaut? Was für ein Smelter? Ich hab keinen Smelter gebaut. Du hast Smelter gebaut. Hast du den gesetzt? Nee. Das war ein bisschen Eisenmopsen hier. Du wolltest damit doch irgendwas bauen. Ich baue hier mal wieder das Upgrade. Das dauert echt lange, ne? Ja. So, wollen wir mal schauen, ob wir zwei Förderbänder miteinander verbinden können. Keine Ahnung. Snap, hold control, snap. Ich kann irgendwie die Höhe, glaube ich, verstellen. Wenn nicht. Scroll, rotate. Return to menu, escape, close. Ja, bei der Höhe musst du wahrscheinlich hier diese Teile unten drunter bauen, ne? Die Dinger hier. Wo du die hier schon mal gebaut hast. Duck. Duck. Oh, Alter. Hier läuft der Dicke wieder durch die Gegend. Ich glaube, wir sollten vielleicht das Kupferfeld mal automatisieren. Ich glaube, ich baue da jetzt oben ein Dings hin. Einen Förderer. Da brauche ich fünf davon. Eins, zwei, drei, vier, fünf. X, seven, acht, ne? Zehn. Und Iron Roots. So, und dann brauchen wir Iron Plates. Für die... Für die... Muss man diese, äh, Zwischensegmente dann ab und zu mal bauen, oder wie ist das? Alter, hier stürmt es? Junge, Junge, Junge. Was baust du hier, Alter? Ich hab keine Ahnung. Eisenplatten, ja. Hä? Kennt ihr fort? Ich hab doch gerade Eisenplatten genommen. Wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, was du hier baust, aber es bleibt dir hängen, das Zeug, ne? Wo bleibt das Ding? Ja, hier. Klingen die nicht runter? Nein, Mann. Nicht. Ey, hier baut. Dann kann man hier nicht zwei anschließen. Ich hol's Kopf war. Qualm tun die wie große. Gibt bestimmt irgendwie so einen Verbinder. Oder zwei, die miteinander verbinden kannst. Kann ich nicht sagen. Pick up Miner. Kriegen wir denn beim nächsten Meilenstein. Base elevator, biomass burner. Ja. Lass mal auf jeden Fall den nächsten Meilenstein machen. Hier sind wir doch dabei. Was ist denn hier rot? Alles klar. So, dann geht's. Wessel, ich hab hier Kupfer. Frag ich, wie man automatisch... Wie um was? Äh, automatisch. Das ist ein langes Band. Ja, und da hinten braucht er Strom, ne? Ja, ja. Ich weiß. Shit, hast du noch Eisenplatten? Ich hol mir welche. Oh, man kann mit Shift-Click kann man das Zeug aus den Maschinen nehmen. Das ist ja cool. Äh? Wie, Shift-Click? Äh, auf die Maschine und dann Shift-Click auf das, was du rausnehmen willst. Du brauchst es nicht ins Inventar ziehen. Ach so, auf das, ähm... Ja, genau. Wenn du draufdrückst. Äh, hier, wenn du auf der Maschine bist. Ja. In der Maschine. Ja. Ah, ja, okay. Hast du Kupfer? Ja, mach ich gerade. Ach, ich brauche hier die Eisenstangen für. Stimmt ja. Haben wir eigentlich eine maximale Reichweite? Oder wie ist das? Keine Ahnung. Und wo können wir denn das anziehen? Machen wir mal hier rüber. Ich baue mal einfach so ein paar, oder? Mach mal, ja, ja. Je mehr, desto besser. Schau mal, mit Kabel. Oh. Der kann... Nee, der kann noch. Ja, come on. Ja, es kann von hier hinten, kann ich das machen? Echt? Ja, ich kann den besten Kabel dahinten verlegen. Ja, nice. Mega weit. War das Ding jetzt Saft? Sollte. Läuft? Nein. Doch. Läuft. Wenn das Band einmal voll ist, haben wir schon 5.000 Kupfer. Ich finde das cool, dass man hier so rumhüppen kann. Mag das. Was? Was ist denn jetzt? So. Und dann machen wir jetzt noch einmal Kupfer daneben, oder was? was brauchen wir dann Constructor hier mache ich Iron Rots oh mir fehlen Kabel Iron Rots Kabel ne was fehlt der denn gerade ach drei von den Refined Plates hier geht voran hier ja ups so kurbeln kurbeln oh gleich kommt das herz an so Coppa es fehlt nicht mehr viel warte mal so ein bisschen was habe ich noch in der Tasche rechts schickt es so Kabel haben wir genug davon noch nicht davon habe ich auch noch ein paar ja und die Rohre halt noch ne aber kann ich gerade mit der Hand bauen ich muss sagen bis jetzt macht es tatsächlich Laune das Spiel ich denke da kommt noch eine ganze Menge wie war das das ist jetzt bis Stufe 6 oder so kann man das spielen wie war das Eisenplatten noch zwei Eisenplatten ja kommt Stufe 6 weiß ich nicht also wir sind jetzt bei Stufe 1 nur mal irgendwas ich habe hier gerade im Raum was gemacht ich habe da was reingelegt diese Flower Petals und jetzt analysiert er die ok was immer das aufreißen macht jetzt auch irgend so eine Maschine die Prozess Timelift 4 Minuten 10 ja das dauert jetzt lange ach das ist jetzt was ok der eine Maschine nicht angeschlossen mit Strom ne welcher ja stimmt wie sieht es eigentlich so generell aus haben wir noch genug Saft hier mal Biomasse Leaves habe ich nichts das ist gar nicht gebannt ey war das nicht teuer? ne lass das mal vielleicht so 80 Eisen oder so gekostet haben geht eigentlich finde ich jetzt nicht so schlimm wir verbrennen aber auch nicht was weg hier ja ich sammle gerade schon mal wieder ein bisschen oh was ist das denn? Paleberry ja cool ja jetzt gibt es hier oh hier ist er Conveyor Splitter wo? Conveyor Merger ja ja Malz es war ja jetzt nicht das letzte Mal ist ein Upgrade oder so ne? wo hast du den denn? wir haben jetzt nur Tier 0 und jetzt gibt es noch Tier 1 und Tier 2 ja wo hast du den denn? achso den kriegen wir dann jetzt oder was? das ist eine nächste Forschung sozusagen hier ne? geh mal hier drauf und dann hast du ja Tier 0 haben wir jetzt komplett fertig genau das meine ich ja ich glaube bis Tier 6 können wir freischalten oder so ne Tier 2 und da steht ja ein Mabel in Alpha Alter da gibt es noch richtig viel wahrscheinlich ja hier Conveyor Splitter Conveyor Merger BioFuel Lockout Tower ja dann gib ihm mal BioFuel Lockout Tower Logistics ich hole mal Zeug Upferkabel machst du ja da ne? ja oh es wird dunkel holst du alles ran? ja das was wir haben Kupferkabel haben wir zu wenig aber das ist nicht schlimm da haben wir schon mal was von da haben wir was von da haben wir was von warte mal kann ich das auch? Shift klicken jo tatsächlich nice ja ich hab nix was? kein Materialien warum nicht? wenig hier stockt es mit Iron Ingots was ist da los? der braucht viel länger wer braucht viel länger? der eine hier der braucht nicht so viel Iron Ingots ja der macht ja auch nur 15 die Minute der eine ist genau ne der ist genauso schnell der macht 30 die Minute 15 per Minute 15 Eisenplatten 15 ach der braucht auch 2 der braucht 2 was? ach der braucht 2 ja der braucht 2 deswegen funktioniert das und der hier braucht der braucht halt nur eine und dann macht er auch nur 15 pro Minute das heißt der ist quasi nur zu 25% ausgelastet der Kollege ja und die Minen sowieso ja ah ja lau ich mir ein paar Iron aus und mach's von Hand alter wie der so fliegt so viel über uns alter der Himmel sieht ja mal geil aus hat was auf jeden Fall ich hol mal noch ein paar Sträucher ich muss noch Biomasse noch machen dass uns hier gleich die Energie ausgeht warte mal hier ist irgend so ein grünes Zeug gelbe Gase steigen hier hoch äh was ist das denn? ich verliere Leben ähm ja was ist das für Zeug? weiß ich nicht ich bin ja nicht bei dir ich geh weg siehst du nicht wo ich rumrenne? so ich hab kurz gesehen wo du warst ein Haufen etwas ein riesiges Haufen etwas deine Forschung in unserem Gebäude müsste bald fertig sein aber jetzt fehlen noch ein paar Kupferkabel ja sind keine Maschine ich baue noch den Restchen ich hab per Hand R&D wishes me to tell you these colored petals are useful for two things dating and creating color cartridges mandatory reminder that you are under 24-7 surveillance the derived blueprint is now accessible in the hub aha ich kann jetzt die nächste forschen ich hab jetzt solche Bären reingelegt ja hau rein alles was geht ja mach ich gerade so ich hab die ganzen Kabel nice oh hier ein dickes fettes Launchpad was? guck dir das mal an drück mal E hä was ist das denn? das ist das Launchpad ok 10 9 8 7 leck mich was soll denn passieren? ach so guck mal raus der haut jetzt ab tschüss ja diese Materialien die wir jetzt gemacht haben werden jetzt transportiert und dafür kriegen neue Forschung also so ist das weg ist er nee da fliegt er noch ich seh ihn noch ich seh ihn noch ich seh ihn immer noch ja ja nee doch ich seh ihn noch alter der ist noch da ja ja immer noch alter das ist ein Pixel auf meinem scheiß Bildschirm ja jetzt ist er weg ist er noch zu sehen er ist er weg ne ich seh ihn immer noch ich bin raus oder ist das Dreck ne ich seh ihn immer noch wer hängt da jetzt ah doch da ich seh ihn ja da ist er da ist er da im Fagenkreuz logistik ne ne stations naja so was ist denn hier the next ach so pot will return in 1.44 kommt er zurück Wesley ach erst dann kriegen wir die ja steht hier 1.38 minuten jetzt noch der beseucht uns gerade den Shit ah deswegen hängt er da noch in Luft ne jetzt hab ich ihn verloren doch der ist er noch wenn du gerade nach oben guckst genau gerade dann ist er fast neben deinem Kreuz ach da ja ich seh ihn ein Teufel naja ach steht ja oben rechts pot will return in 1.12.11.10.9 cooler Scheiß können wir hier Biomasse machen nice 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 so freunde und ob der pot returned das sehen wir in der nächsten Folge mal hier hoch auf die bessere Aussichtsplattform Wesley können wir sehen wenn er gleich landet hier okay so freunde wir sehen uns beim nächsten mal wieder macht's gut haut rein und tschüss tschüss